Nachdenkseiten Die kritische Website Selbstgleichschaltung unserer lieben Medien bei der Darstellung leidender Kinder und bei der Verwendung des Begriffs NATO-Ostfront, kurz gesagt propagandistische Kriegsvorbereitung. Von Albrecht Müller Als Ergänzung zu dem Nachdenkseitenbeitrag Will-Merkel-Krieg, verlinkt auf unserer Website, erreichten uns zwei interessante Mails, die wir Ihnen hiermit zur Kenntnis geben. In der ersten Mail wird mit links belegt, dass gestern parallel zu der Äußerung der Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag in vier zentralen deutschen Medien verletzte Kinder wiedergegeben, in vielen anderen wahrscheinlich auch, und damit benutzt worden sind. In der zweiten Mail werden die Links auf drei Medienorgane genannt, die über den Mangel an Ausrüstung an der NATO-Ostfront berichten. Da ist offenbar jede Sensibilität und jeder politische Verstand verloren gegangen. Zum detaillierten Beleg zitiere ich aus der Goslarischen Zeitung. Jetzt soll also die Bundeswehr nach Meinung dieser Journalisten dem Vorgehen Russlands auf der Krim begegnen. Erneut Zitat Die Bundeswehr ist für neue Herausforderungen unzureichend gewappnet. Zitat Ende So lautet die Bildunterschrift der Grafschafter Nachrichten unter einem Foto mit marschierenden Bundeswehrsoldaten. Quelle der Gleichrichtung ist häufig DPA. Im konkreten Fall tun aber die einzelnen Redaktionen ihren Teil dazu. Gedankenlosigkeit oder beabsichtigter Wahnsinn? Es folgen die beiden Mails. Erste Mail Lieber Herr Müller, ich habe auch das Gefühl, man bereitet uns auf einen Krieg vor. Ein Indiz ist, dass in den letzten Tagen in fast allen online zugänglichen Mainstream-Medien die Artikel über Syrien mit Bildern versehen sind, auf denen Kinder zu sehen sind. Zeit Online Die fünf gefährlichsten Konflikte in Syrien Süddeutsche Zeitung Normalität und Hölle liegen in Syrien in unmittelbarer Nachbarschaft Welt.de Diesen Sieg will Assad um jeden Preis Und Tagesschau Angriffe in Ostgutah UN-Sicherheitsrat soll über Feuerpause abstimmen Alle Artikel finden Sie verlinkt auf unserer Website. Es ist nicht so, dass ich bestreite, dass in Syrien Kinder Opfer des Krieges sind. Das sind sie aber schon länger und die Verantwortlichen davon sind nicht nur in Damaskus zu suchen. Und auch die Kampagne für die Erfüllung des 2%-NATO-Ziels ist ähnlich perfide. Appelliert wird an das Mitgefühl der Menschen, die ihre eigenen Soldaten natürlich nicht ohne ordentliche Zelte und warmer Kleidung in den Krieg schicken will. Tatsächlich geht es im Endeffekt aber darum, Waffen zu kaufen. Nach den mitleiderregenden Berichten hatte ich schon überlegt, ob wir nicht wieder ein Winterhilfswerk gründen sollten, um unseren Vätern, Söhnen und Brüdern im Felde Päckchen zu schicken. Liebe Grüße, Leser CK aus Bochum Zweite Mail Sehr geehrte Redaktion der Nachdenkseiten Es nimmt inzwischen nicht mehr erträgliche Züge an, mit welcher Rhetorik unser Volk auf den Krieg eingestimmt wird. Denn um etwas anderes kann es sich bei der gegenwärtigen Propaganda nicht mehr handeln. Die verschiedensten Medien verwenden seit einigen Tagen auffällend unisono den Begriff NATO-Ostfront, wie es beispielsweise aus diesen Links Welt.de Bundeswehr fehlt Winterkleidung für die NATO-Ostfront Goslar'sche Zeitung Sprecher relativiert Berichte über Bundeswehrmängel Grafschafter Nachrichten Bundeswehr fehlt Winterkleidung für die NATO-Ostfront ersichtlich ist. Verbal ist kaum noch eine Steigerung denkbar, so dass bereits offensichtlich der bereits kürzlich auf der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz herbeigeredete Ernstfall nicht mehr auszuschließen ist. Entsetzlich. Viele Grüße mit der Hoffnung, dass unsere Menschen endlich genauer hinschauen und begreifen. Nomen est omen. Jürgen Keller Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.